Tatsächlich ist es so, dass wir sowas waren und sind wie englische Eingeborene. Das heißt, wir wohnten in dem, was heute England ist, bevor irgendwelche anderen dort hingekommen sind. Als die Kelten das erste Mal nach England kamen, 3.110 vor Christus, da waren wir schon 7.000 Jahre dort. So, sie haben uns als wilde Menschen, nicht wirklich Menschen. Und wir dachten, oh, Fremde, die kommen in so einem komischen Ding. Wir kannten noch nicht das Wort Schiff und wir wussten auch nicht, dass jenseits des Wassers Menschen wohnen. Und so sind wir auf sie zugegangen, um sie zu begrüßen. Die hielten sich für angegriffen von Eingeborenen und haben die Schwerter gezogen und uns getötet. Wir hatten ein Schwert noch nie gesehen. Wir hatten so etwas. Und so etwas ist gegen ein Schwert einfach nicht sehr tauglich. Und so haben wir gemerkt, das mit dem Begrüßen war eine schlechte Idee und sind ab in die Wälder so tief wie möglich. Die Kelten haben beschlossen, uns eine Bezeichnung zu geben. Und die Bezeichnung der Kelten für uns war schmuddelige Leute. Schmuddeliges Volk. Sie haben eine Sache genannt, das heißt Soap. Ihr kennt es wahrscheinlich, nicht wahr? Sie selber hatten etwas erfunden. Seife, kennt ihr wahrscheinlich. Die Kelten huschen ihre Gesichter und zwar so, dass es richtig quietsch-sauber war. Wir hatten nur Wasser, haben uns das ins Gesicht geworfen und es wurde dann, naja, mehr oder weniger sauber. Und wir hatten schmutzige Kleidung. Wir hatten auch keine 12-farbige, klarfarbige Kleidung. Wir hatten dark greens and browns and things like that. Unsere Kleidung war braun, dunkles Grün, eher gedämpfte, dunkle Farbtöne. Aber dann haben sie auch eine Sache genannt, ein Chemikal, das man in eine Naturkarte setzt und die Farbe deutlicher macht. Und die haben eben auch einen Zusatz bei der Färbung von Stoffen gehabt, wodurch die Stoffe einfach klarere Farben annehmen. So they were running around dressed up like you doing bright-calling clothing and we were dressed like your infantry in camouflage. Und die Kelten liefen ähnlich wie wir und ihr eben in hell- und klarfarbigen Kleidung herum, während wir damals eben so rumliefen wie heute die tarnfarbigen Soldaten. Und we didn't have a washing machine, so our clothes weren't very clean. Und Waschmaschinen gab es auch nicht, sodass auch die dunkelfarbige Wäsche nicht sauber war. So they called us the filthy people. Deswegen bekamen wir den Namen, die schmuddigen Leute. And their word for filthy people was fairy folk. You may have heard that. Und der keltische Begriff, schmuddige Leute, heißt fairy people. Die haben also uns diesen Namen gegeben und damit begann unsere Situation als Außenseiter der Gesellschaft, Gesetzlose. Und wir waren Gesetzlose bis 1951. Also gute 5000 Jahre.